BAM 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 Also von so weit herum ist da noch gar keiner gefahren. Schaut mal, da hinten ist eine kleine Weinbergschnecken. Die Kopfstangen geht jetzt ein bisschen dumm da hin. Das kommt so laut zu sagen, Kleiner. Dann haben wir diese Manu bitte, ok? Und nicht nur noch. Wow! Wow! Wow, seht ihr? Jetzt steigen wir mit der Grage. Es geht viel einfacher. Und viel besser und lustiger. Da waren wir sieben Snowballs. Hui! Na, wie gefällt euch die Fahrt bisher? Sie ist ein bisschen gewöhnt. Oh, tatsächlich? Na dann können sie euch jetzt auf das gefahren, was da vorne kommt. Juhu! Oh! Oh! Au! Werden wir das überleben? Nein, jetzt werden wir untergehen! Nein, werden wir nicht! Juhu! 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 Wer spricht da? Juhu! 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 Danke, freundlicher Wiese! Luther! Siehst du es ja zu selber. Erstens hab ich kaum, zweitens hör mal auf so einem Jammern. Das ist nicht gefährlich. Das ist nur lustig. Lustig! Nee, für mich ist das nicht lustig. Für mich ist das ein Torespiel. Oma, der Heini hat die ganze Zeit über nur gejammert. Leid wollen wir gehen, oder? Spinnst du, Waltraub? Wir sind doch gerade vorhin erst gekommen. Ha, das stimmt irgendwo. Gut, Karl, jetzt gehen wir schon mal fahren. Nein! 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 Wenn ich mit der Waltraub fahre, dann geht das Schiff runter. Du, willst du auch behaupten, dass ich schwer bin? Nein, weil du Unglück bringst, geht das Schiff runter. Nicht, weil du schwer oder feit warst. Du bist ja nämlich gar nicht. Du bist ja ganz dünn und leicht. Aber weil du Unglück brichst, bringst du jetzt sicher ein Schiff runter. Du, Karl, kannst aber noch einmal leise sein. Kannst du mir eigentlich ein Schiff ausbauen? Ähm, warum eigentlich nicht? Ui! Sechs Zahlen geht ja. Äh, aber die ist ja klar, dass wir da die falsche Richtung fahren, oder? Weil weißt du, wo wir eigentlich hin müssen? Im Wahrheit, hier sind wir von ganz Umweg gefahren. Ist aber von da irgendwo raus. Halt Leute, ihr dürft ihr nicht weiter. Äh, wer zur Oma bist du? Ich bin's, der zweite freundliche Riese. Ihr dürft ihr nicht weiterfahren. Warum nicht? Da unten werden die Wellen so hoch, wenn ihr da nicht festgegurtet seid, haut's euch raus. Außerdem haut's wieder den Oberteil von der Archenoa runter und dann schwimmt ihr mit Sand der Archenoa runter. Und dann kommt da noch ein riesiger Wasserfall. Den könntet ihr sehr schwer unterliegen. Achtung, meine Damen und Herren, warme Gäste. Dort vorne, wo wir keine Stau sind, bitte nicht weiter. Eigentlich dürften die Leute nicht mehr bis zum Stau nach vorne. Aber sie dürfen bis dorthin, wo dieses eine Becken da gesperrt wird. Da wo die zwei großen Steine sind. Da dürfen sie noch hin. Und da dürfen sie ohne Frage hin. Das ist doch gar kein Problem. Aber natürlich nicht, wenn es Hochwasser gibt. Dann dürfen sie da auf gar keinen Fall hin. Ach, klären Sie mal Sachen, die ich mir noch nicht wissen. Die Riese da. Wo ist denn die Riese jetzt hin? Gott! Was ist da schon wieder? Du schon wieder! Hallo! Du kleiner Wurzel, du. Du drängst immer in mein Gebiet ein! Wunder ist das dein Gebiet. Wir sind da schon seit Jahren. Fast jeden Tag ins Heim ist. Und du? Du kommst da auf einmal her, behauptest, dass es das dein Gebiet ist. Da war schon vorher das Korngebiet, bevor es dein Gebiet ist. Du hast dein eigenes Gebiet. Da unten hast du dein eigenes Gebiet. Oh, oh. Hilfe! Ich schwimm weg! Ich schwimm weg! Oh, das war knapp! Ja! Die Fakette ist die Kacker-Punker! Da war ein Kacker! Jetzt lasst mich in Ruhe, sonst kriegt ihr Ärger! Kamerankatsch! Jetzt reicht's aber noch, das ist nicht dein Gebiet, verstanden? Wem willst denn du hier Befehle geben? Wow! Lauf! Macht Spaß unter Wasser! Wow! Hilfe! Freundlicher Wiese! Oh ja! Oh ja! Ich werde gleich sehr freundlich zu dir sein! Achtung! Ihr müsst alles auf Wasser verlassen! Wow! Danke, freundlicher Wiese! Das reicht mir jetzt! Ihr sollt mich alle in Ruhe lassen! Das ist das Einzige, was ihr sollt! Also werden wir das auch tun! Oh, jetzt schwimmt das schöne Schiffchen davon! Wie gut, dass das nicht mein Problem ist! Das ein Schiff davon schwimmen ist nicht dein Problem! Aber es ist dein... Aber wir sind dein Problem! Und ich weiß der Fall oder was! Die jemals mit der Kühlflache-Barade Augenblick zu haben! Los schlippen! Jawoll! Was hast du gerade gesagt? Jetzt ist auch dieser blöde andere Riese nicht da, um dich zu retten! Zeit! Ich habe für alle meine Hose zu retten! Nun! Taka-taka-taka-taka-tan! Kaaar! Duh! Pfff! Pfff! Apus! Kaboom! K-k-k-k-k-k Oah! Nein! Gahau! Pfff! Oh, joh! Oh, joh! Waaah! Oh, joh, joh, joh! Pfff! inka-tan! Oh, joh! Oh, joh, joh, joh! So, wacht. Von deinem ekligen Tag hab ich jetzt schonmal sauber vergnügt, hab ich jetzt schonmal sauber vergnügt. Wem sagst du das, Karl? Ist heut einmal wir alle da, haben wir so sauber vergnügt von dem Tag. Nein, nein, nein. Soll das weitermachen? Schön ist heute, dann gehen wir noch mal her. Ja, was ist die beste, klasse, die weiter. Ja, 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 ja. Ja, wie gesagt, ich sag niemals, dann stich sie wieder, solange ich nicht weg bin. Ja, ja, ja. Ja, ja.